Yo Leute, herzlich willkommen zu Mario is Missing. Ich habe jetzt hier als Information nur den Originaltext der Spielverpackung. Ich lese mal vor, ok? Pass auf, denn Bowser ist zurück und diesmal hat... Näh, ist er in deiner Welt. Wo aber steckt dieser führende Geist, der mit Hilfe seiner Reptilien einen abscheulichen Plan aushäckt? Und was hat er mit Mario gemacht? Willkommen bei Mario is Missing. Nimm auf deiner Reise den Reiseführer Luigi mit und entdecke die Welt. Finde die unruhestiftenden Schildkröten. Finde heraus, wo du dich in der Welt befindest und was mit Mario passiert ist. Sind deine Geografiekenntnisse gut genug? So erhältst du das nötige Material, um Mario aus Bowsers schrecklichem Gästehaus zu befreien. Ein Lernabenteuer für die ganze Familie. Dies ist kein Cooper-Beseitigungsspiel, sondern es ist ein unterhaltsamer Weg, mehr über unsere Welt zu lernen. Während des Abenteuers kannst du exotische Städte erforschen. Deinen Weg auf unbekannten Straßen finden. Mit Hilfe von Landkarten und Kompass auf Ratschläge nette Leute hören. Die Artikel über berühmte Wahrzeichen lesen. Daten und Zahlen vom Computer erhalten. Die Kontinente, Länder und Städte erkennen. Und Yoshis Hilfe annehmen. Schnappschüsse von deinen Abenteuern machen. Und Mario retten. Ja, wollen wir mal. Hört sich super, ne? Sieht aus wie... Super Mario World. Wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Wow. Der Wahnsinn. A fox from the Major. Welcome to our city, Luigi. You've arrived just in time. A horde of hurried Koopas have been looting our landmarks. And we need your help. Naja, free app a day. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dun, 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 dun. Wollen wir mal gucken. Wo wollen wir denn hin? Moskau, Rom, Paris, London, kein Deutschland. Gut, dann nehmen wir Moskau. Wollen wir das auch. Good. Iiii. Jawoll. das macht so ein spaß hier dieses spiel ich habe keine ahnung was sie machen muss aber sehen wir sind kassel bild oder so krummes gesicht und so ja ja das kann ich nicht machen ich weiß es nicht das spiel ist ätzend und dumm und keine ahnung macht keinen spaß es würde vielleicht mehr spaß machen wenn ich wüsste was ich tun muss okay okay naja gut könnt ihr selber rauskennen wenn ihr wollt bis dann tschüßt das mal es ist